guten tag leute hier spricht wieder euer peter geben so leute heute müssen wir wieder das ist das heimtrick aus müssen wir wieder das heimtrick und nehmen das heißt wir müssen in der neuen saison die trikots mal die alternativ trikots müssen wir mal ändern bis lang so müssen wir ein wenig ändern die also die müssen ein bisschen ändern leute die alternativ trikots so die müssen ein bisschen ändern ane du nicht durch doch durch alles meint immer ruhig bleiben wir heute hier ging dort er ging an dortmund dranbleiben dort an dortmund dranbleiben leute das ist unser ziel das ist unser ziel so Oh man, wieder ein bisschen zu lange, zur Zeit war man ein bisschen zu lange, Leute. Oh man, wieder ein bisschen zu lang. Oh, sowas leicht sieht danach verletzt aus, Leute. Tja, da muss ich, oh, sowas leicht hat irgendwie die Schulter, glaube ich, sieht so aus. Ja, sowas leicht hat sich verletzt an der Schulter, Leute. Hat sich, wie es aussieht, an der Schulter verletzt, Leute. Ja, sowas leicht hat sich, und jetzt müssen wir eins machen, jetzt müssen wir, so, muss ja weiterladen in die Mitte. Bitte. 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 Die Bundesliga wird. Bleibt. Spannend. Die Saison. Die Meisterschaft wird spannend. Die Meisterschaft. Die Meisterschaft wird spannend. Die Meisterschaft wird mit einem Film auf dem Film gestern. Die Meisterschaft wird mit einem Film gestern. und es bleibt weiter zu einer haben wir schießen uns ein bisschen jetzt den frust das war gegen jubel nicht hingekriegt haben aber das wird mit für die deutsche nationalmannschaft zu spielen noch ein trainer zu sagen es wäre vielleicht noch ein noch ein traum so es wäre noch der traum wo man es noch machen können so zu sagen jetzt wird es jetzt wird es ein bisschen bisschen zu hoch leute jetzt wird es ein bisschen zu hoch leute jetzt tut es in folge nach dem spiel wird man auch ein bisschen zu hoch wieder mit uns mal gucken wie es uns da bei dortmund und fc bayern so ob neuer noch dabei ist weil wir richtig gesehen haben wir neuer noch ein mal schauen ob neuer noch äh neuer noch äh 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 Haven's äh das könnte man nach der vor nach dem nach dem folge mal anfangen würde ich noch mal und dann so würde ich sagen dass man gucken ob neuer noch gibt weil er richtig gesehen dann können wir mal gucken ob man neuer eventuell neuer finden ob man neuer eventuell vielleicht gibt wo alles wäre einfach müssen wir mal schauen jetzt schauen wir uns dann mal vielleicht kriegt man schon den an boden da mir kommt mal ob man mal neuer noch die sie noch spielt und wenn er nämlich spiel könnten wir mal gucken ob man ihn vielleicht mal finden das wäre auch so und sie was man noch machen können so in der mama noch okay ich bin mal gespannt wie es mit der mannschaft und dann eventuell holen wir ihnen das für jünger so dass wir halten dass man deutsche torhüter ist nicht in top toy tour hüter finden schauen wir mal nur so fünf tage okay fünf tage sind jetzt lang aber halt da braucht ein bisserl pause leute dreierpack sachen die man schön das ist ein echt schöne ergebnis ja heute geschwind gewonnen hätte und jetzt bleiben wir bleiben oben dran leute wir wollen versuchen die man an die mal die meisterschaft noch zu schaffen es wird eine harte saison noch aber machbar ist es leute machbar ist es leute so weit schauen wir mal spieler verletzt und so leute und jetzt würde ich sagen jetzt würde ich mal sagen suchen wir mal neuer ist neuer noch da er spielt immer noch leute manuel neuer spielt immer noch okay manuel neuer spielt immer noch so nicht für die sache tun wir ein bisschen vorspulen leute mal an was manuel neuer auch immer noch spielt ist schon heftig leute dass er immer noch spielen so leute und jetzt kann man die tabelle sieht das man nur immer noch spielen so die jugend dinge sind mal so die jugend akademie die zwei werden wahrscheinlich in seinem team reinflutschen er und er werden was die wahrscheinlich gar nicht sehr hoch dass er bald ins team kommen könnte und dann schauen wir mal was die ist hinkriegen leute so sieben millionen immer noch im ding ist schon heftig leute ja dann das ist schon heftig wenn man das neuer immer noch neuer immer noch im team ist alle schon heftig leute aber leute ich würde sagen gegen leipzig um auch um dran zu bleiben sagt mir für heute tschüss bis dann und pg bis bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Amen.